Einmal bezeichnete man mich als Künstlerin mit Herz. Aber mein Herz schlägt schon immer für den steinernen Wald. Und zum Nikolausmarkt beleben wir ihn. An unserem Stand im Foyer des Kulturkaufhauses Das Tietz. Hier können Sie Weihnachtskugeln in 3D malen oder einfach fertig erwerben, wie auch meine Kalender für 2015, heiße Loks. Oder meine lustigen Kurzgeschichten im Buch Kills the Ill. Los, herein allesamt!